Ich wollte gerade auf mein Ziel schießen, als plötzlich jemand aus dem Schatten auftauchte und mir den Apfel wegschnappte. Es war der beliebteste Junge der Schule, Travis. Er hat mit mir geflirtet. Lass uns ein Spiel spielen. Wenn du triffst, muss ich dich küssen. Wenn du nicht triffst, musst du mich küssen. Klar, warum nicht? Jeder wusste, wie gut ich im Bogenschießen war und wie erwartet war es ein Volltreffer. Abgemacht ist abgemacht, Sahnehäubchen. Als er die Augen für den Kuss schloss, rief ich nach der Schulkatze Loki. Du kannst die Augen jetzt aufmachen. Böööö, Loki kratzte ihn wie ein wildes Tier, das Gesicht wund. Hey, ich heiße Bianca und ich bin unfähig, mich zu verlieben. Naja, dachte ich wenigstens. Aber bevor ich weitermache, bitte liked und abonniert. Meine Mutter besaß eine große Hotelkette und ich war die Alleinerbin des Geschäftsimperiums. Unser Familienname war schon sehr bekannt, aber ich hatte uns wirklich berühmt gemacht. Teenie-Erbin küsst angeblichen Gangster, verwöhnte Prinzessin in archäologischer Städte gesehen, Prinzessin Bianca kündigt an, jeden Beitrag zu zahlen. Oh Mann, schlimmste Schlagzeilen. Ein angeblicher Gangster, Mama. Wir haben uns nie getrennt. Und du kennst mein großes Interesse an Geschichte. Ich musste diese Seite sehen. Und verdammt, bin ich die Einzige, die sich über den schiefen Turm ärgert? Ach Mann, wann wirst du jemals erwachsen, Bianca? Ich muss mein Privatjet erwischen, aber wir reden noch. Ja, geh zu deinem Treffen, Mom. Du hast nicht mal dran gedacht, mir zum Geburtstag zu gratulieren, aber ich feierte trotzdem. Ich hatte eine riesige Geburtstagsparty im neuesten Club der Stadt, aber mein Abend wurde ruiniert. Travis! Und er kam auf mich zu. Als wäre er ein Gottesgeschenk. Hey, Zuckerschnute! Ah, lass mich in Ruhe. Du siehst wie Frankenstein aus. Was ist? Ein bisschen Liebe ohne Schmerz? Ich bewundere dich. Er hat mich den ganzen Abend genervt. Schließlich musste ich Kamen dazu bringen, ihn abzulenken und zu fliehen. Aber er bemerkte es und verfolgte mich. Ich bin noch nicht fertig mit dir, mein Schatz. Ich bog um die Ecke und öffnete eine VIP-Tür am Ende des Flurs. Dort saßen ein paar Männer in Anzügen und spielten Poker. Und alle drehten sich um. Hoppla, falsches Zimmer. Ich dachte, es wäre die Toilette. Darf ich sagen, wie cool die Jacke ist? Im Stil der 90er. Wie Michael Jackson. Okay, bye! Travis war nirgendwo zu sehen, also nutzte ich die Chance, den Club endlich zu verlassen. Aber natürlich konnte ich ihm nicht in der Schule aus dem Weg gehen und er war eine solche Nervensäge, dass ich schließlich eine einstweilige Verfügung erwirkte. Mein Leben war endlich friedlich. Aber Kamens Cousin kam. Seit wann hast du ein Cousin? Seit er geboren wurde? Du hast nie von ihm erzählt. Ich habe auch nicht von meinen Samurai-Schwertern und Schlangenhäuten erzählt. Was? Freunde sollten alles teilen. Ich denke, manche Geheimnisse sind gut. Oh, mein Cousin ist hier. Ich drehte mich um und als er auf uns zuging, war es, als wäre er der König der Unterwelt. Seinen Gang nach zu urteilen, wusste er, dass er ein schöner Mann war. Doch plötzlich stolperte und fiel in den Brunnen. Und dann stand er wieder auf, als wäre nichts passiert. Bist du sicher, dass er nicht ein Model ist, das du bezahlt hast, um einen tollpatschigen Cousin zu spielen? Ach, nette Art zu sagen, dass er heiß und bezaubernd ist. Dann wurbelte er uns herum. Carmen, mein Lieblingsmädchen, ich hab dich so sehr vermisst. Der Typ drehte sich zu mir um und ich war verblüfft. Aus der Nähe sah er noch viel besser aus. Du musst Carmens beste Freundin sein. Ich bin Slater, schön dich kennenzulernen. Hast du gerade geknickst? Wir sind uns schon mal begegnet. Nein, begrüßt man jemanden so? Entschuldige mich kurz. Carmen zog mich weg. Was machst du? Ähm, reden? Warum musst du dafür dein Gesicht so nah an seins bringen? Ich dachte nur, dass er mir sehr bekannt vorkommt. Was ist dein Problem? Ich denke nur, dass du eine Ausrede suchst, um mit ihm zu flirten. Jetzt hör mal, Bianca. Du meinst es nie ernst mit dem Jungen. Also spiel bitte nicht mit seinen Gefühlen. Mach das nicht mit meinem Cousin. Er ist nicht mal mein Typ. Entspann dich. Lass dich nur nicht auf ihn ein, sonst ist es mit der Freundschaft vorbei. Verstanden? Laut und deutlich, Madame. Seitdem hingen wir drei zusammen ab und es fiel mir schwer zu glauben, dass es jemanden wie Slater gab. Äußerlich die pure Perfektion, aber mit dem schlechtesten Gleichgewicht, das ein Mensch nur haben kann. Er stolperte, rutschte aus und hatte sich sogar ein blaues Auge geholt, als er sich die Schnürsenkel binden wollte. Als ich zu Hause die Bilder nochmal anschaute, traf es mich wie ein Blitz. Du musst mir vertrauen, Carmen. Dein Cousin führt etwas Zwielichtiges im Schilde. Mom und ich waren letzten Monat auf dieser Kunstausstellung in der Innenstadt und Slater war dort. Er war einer der Künstler. Wir haben sogar ein Bild von ihm gekauft. Nur seine Haar- und Augenfarbe war anders. Aber er war es. Was? Es muss ein Doppelgänger gewesen sein. Slater hat sein ganzes Leben im Dorf verbracht und er ist erst letzte Woche hergekommen. Er kann nicht mal einen Kreis zeichnen, glaub mir. Ich habe Slaters Bild sogar meiner Mutter gezeigt und sie hat gesagt, dass er es ist. Sie hat ein Treffen organisiert. Mensch, du musst dir mal was geben, worüber du dich freuen kannst. Mach, was du willst. Ein paar Tage später rief der Künstlermama an und sagte, er müsse verreisen und würde sie nächsten Monat treffen. Ich beschloss Slater, nichts zu sagen und zu versuchen, seiner Geheimidentität auf die Spur zu kommen. Er schwebte immer um mich herum und irgendwann würde er einen Fehler machen. Ich würde ihn beobachten. Aber eines Tages spionierte ich ihm in der Turnhalle hinterher und nachdem ich gesehen hatte, wie er den hundertsten Korb verfehlte, wurde mir langweilig. Dann beschloss ich zu schwänzen und zur Maniküre zu gehen. Plötzlich kam ein Lieferwagen. Guten Tag, Kind. Würdest du bitte ein paar Äpfel von mir kaufen? Ich betreibe ein Waisenhaus und würde gerne Spielsachen kaufen. Aber sicher, gib mir den Korb und ich gebe dir hunderttausend Dollar. Ich wollte ihr gerade den Korb abnehmen, als Slater plötzlich aus dem Nichts auftauchte. Hey, für wen arbeitest du? Zeig mir den Ausweis. Die arme Frau sah erschrocken aus und fuhr davon. Was zum Teufel? Haben dir deine Eltern nie gesagt, dass du keine Süßigkeiten von Fremden annehmen sollst? Äh, Kumpel, das sind Äpfel, keine Süßigkeiten. Und wer bin ich, Schneewittchen? Sie wollte mich doch nicht vergiften. Das ist nicht lustig. Weißt du nicht, wie gefährlich manche Situationen sein können? Oh, bitte. Ich bin letztes Jahr mit Haien geschwommen und von einem Heißluftballon gesprungen. Ich lachte im Angesicht der Gefahr und diese Dame war nicht gefährlich. Ich weiß, dass du aus dem Dorf kommst und wahrscheinlich denkst, dass alle böse sind, aber hör auf. Ach, Slater wurde wütend. Ein anderes Mal waren wir zu dritt in einem Restaurant und sobald der Kellner die Bestellung aufgab, fing er an zu schnüffeln. Wenn du willst, dass mir der Appetit vergeht, dann bitte. Was ist los mit dir? Er begann auch an seinem und Kamens Essen zu schnüffeln. So machen wir das im Dorf. Der erste Geruch sagt, was du essen musst. Oh, wie biologisch das Essen angebaut wurde und ob der Bauer für die Pflanzen und Kühe gesungen hat. Ich habe einen riesigen Brownie-Eisbecher mit Schlagsahne und Streuseln. Bist du wahnsinnig? In diesem Moment gab es ein lautes Krachen neben uns und Slater sprang auf und drückte mich zu Boden. Er schaute auf mich herab und ich war atemlos. Und dann sah ich, wie uns alle anstarrten, als wären wir verrückt. Offenbar hatte der Kellner gerade ein Tablett voller Gläser fallen lassen. Oh, mein Fehler. Ich dachte, das wäre ein Schuss und vielleicht wäre ein Räuber hergekommen. Ich habe instinktiv gehandelt. Uh, warte, lass mich das klarstellen. Also du dachtest, es wäre eine gefährliche Situation und dein erster Instinkt war, Bianca zu retten? Hallo, was ist mit mir? Slater murmelte eine Entschuldigung, während Carmen weiter mit ihm schimpfte. Auch wenn er verrückt war, war er wirklich süß. An dem Wochenende erzählte mir Carmen, dass der Cheerleader-Captain eine Party nur für die Cheerleader und alle Jungs geben würde. Ich war neugierig, wie Slater sich auf Partys mit anderen Mädchen verhalten würde, also raste ich zum Veranstaltungsort. Aber ich konnte ihn nirgendwo entdecken. Ich wusste, wie die Mädchen ihn ansahen. Wahrscheinlich war er von den Cheerleader umgeben. I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk myself for hours, things that you don't understand. Plötzlich hörte ich ein Geräusch hinter mir. Slater, was machst du denn hier? Dasselbe frage ich dich. Ich bin hergekommen, um mit Blumen zu singen, du weißt schon. Drinnen ist es zu laut und alle haben sich wild benommen, das hat mir Angst gemacht. In diesem Moment flog ein riesiger Käfer auf uns zu und Slater versuchte ihn wegzuschlagen, aber stattdessen gab er mir eine Ohrfeige. Oh Gott, das tut mir so leid, meine Hand ist so ausgerutscht. Oh, schlechte Hand. Meine Güte, Slater, so tollpatschig. Keine Ahnung, ich bin einfach so geboren, aber in deiner Nähe werde ich immer ungeschickter, denn attraktive Mädchen machen mich nervös und du bist die Schönste. Was meinst du? Du weißt, was ich meine. Plötzlich wurde es mir klar. Er fühlte sich zu mir hingezogen und das könnte die Dinge kompliziert machen. Ich musste ihm aus dem Weg gehen, bevor Carmen die Dinge falsch interpretierte und mir die Freundschaft kündigte. Mein Gott, was hast du diesmal angestellt? Kannst du mir bitte einfach helfen? Ich glaube, ich habe einen Krampf. Als ich ihn hochzog, berührten sich unsere Lippen zufällig. In diesem Moment keuchte jemand. Carmen! Mädchen, es ist nicht so, wie du denkst. Ich folgte ihr in ein leeres Klassenzimmer. Ich schwöre, da läuft nichts Romantisches zwischen uns. Er ist nur zu dumm und ungeschickt für mich. Ich bin sicher, dass er lügt. Entschuldige mich mal. Das ist mein Cousin, den du da beleidigst. Und das sagst du zwar so, aber ich spüre, dass du dich hingezogen fühlst. Nein, nein, gar nicht, weißt du? Aber was Carmen sagte, beunruhigte mich ein wenig. Warum war sie der Meinung, dass er nicht der Richtige für mich war? Ein paar Tage später übte ich mich alleine im Bogenschießen, als plötzlich ein Pfeil von irgendwoher kam. Plötzlich sah ich jemanden. Was machst du hier? Willst du mich umbringen? Nein, was ist gerade passiert? Du bist passiert, Slater. Du hast fast ein Pfeil in mich reingeschossen. Du bist eine Gefahr. Oh Gott, es tut mir leid. Ich habe nicht gemerkt, dass mein Pfeil in deine Richtung geschossen ist. Ich meine, ich wusste nicht mal, dass jemand ist. Ich würde dir nie wehtun, ich schwöre. Aber lass es mich mit einem Eiscreme-Shake wiedergutmachen. Ich fand sein Verhalten nicht überzeugend. Warum war er immer in meiner Nähe? Er schien langsam genauso besessen von mir zu sein wie Travis. Und was, wenn er versucht hatte, mich absichtlich zu verletzen? Übrigens, hast du heute Abend Zeit? Ach, okay. Aber wir sind jetzt auch allein. Sag's mir einfach. Welcher Eisbecher? Oh ja, nein, heute Abend ist besser. Ich schicke dir den Standort. Fahrer, ich steige hier aus. Danke, bis später, Bianca. Und dann sprang er einfach aus dem Auto. Der Kerl war so seltsam. Aber ich war wirklich neugierig. Später in der Nacht war ich überrascht, als ich erfuhr, wohin er mich brachte. Auf das Dach eines alten Gebäudes. Es gab keinen Aufzug, also mussten wir acht Stockwerke Treppen steigen. Was, wenn er mich runterstoßen will? Kannst du weggehen? Ich brauche Freiraum. Aber was ist, wenn ich stolpere und die Treppe runterfalle? Du weißt doch, ich bin ungeschickt. Du lädst mich auf ner Dachterrasse ein, du Idiot? Ach, du wirst sehen. Als wir oben ankamen, war ich überrascht, ein Abendessen zu sehen. Was ist das? Offensichtlich ein Date. Hattest du ein Tartort erwartet? Hatte dich deine Cousine nicht gewarnt? Das hat sie, aber ich verstehe nicht, warum sie so gegen die Idee ist, dass du meine Freundin bist. Du bist wunderschön und erstaunlich. Sie, sie hat versucht, dich zu beschützen, denn ich habe eine Vergangenheit. Ich bin nicht gut in Beziehungen. Darf ich wissen, warum? Und ehe ich mich versah, öffnete ich mich. Als ich aufgewachsen bin, habe ich gesehen, wie mein Vater meiner Mutter das Herz gebrochen hat und sie für eine andere Frau verlassen hat. Seitdem ist Mom nicht mehr dieselbe Person. Sie vergräbt sich nur noch in Arbeit. Und Dad hat mir das Herz gebrochen, als er einfach gegangen ist. Oh, ich weiß, dass du mir nicht vertraust, aber ich hoffe, dass du es eines Tages tun wirst. Er sah mich ernst an. Ich schloss meine Augen und als seine Lippen meine berührten, spürte ich was Elektrisches. Warte, das war ein Fehler, Slater. Bitte, mir liegt sehr viel an der Freundschaft zu Carmen. Oh, ich verstehe. Später in der Nacht konnte ich nur noch an Slater und diesen Kuss denken. Vielleicht konnte ich mit Carmen reden und sie würde sich damit abfinden. Aber ich konnte den Gedanken nicht abschütteln, dass Slater über sich selbst gelogen hatte. Wie es der Zufall wollte, erzählte mir Mom am nächsten Tag, dass der Künstler wieder in der Stadt war. Nun, Slater war nicht der Einzige, der sich verkleidete. Ich ging als jemand völlig anderes verkleidet hin und war begeistert, ihn zu sehen. Er hatte vielleicht einen anderen Stil, aber ich war mir sicher, dass er es war. Als ich an ihm vorbeiging, stolperte ich aus Versehen und fiel nach vorne. Oh, oh, das tut mir leid. Ich bin nicht sehr gut im Gehen und tollpatschig. Oh, es blutet. Ist schon gut, Miss. Es geht mir gut. Entschuldigen Sie mich, ich muss auf die Toilette. Und am nächsten Tag in der Schule trug Slater ein langärmliches Hemd, wie ich dachte. Also habe ich meinen Saft verschüttet. Oh mein Gott, du bist nass, du musst dein Hemd wechseln. Oh, ist schon gut, das trocknet. Nein, du wirst krank. Nein, das wird schon. Ich versuchte noch ein paar weitere Tricks, aber er konnte allen ausweichen. Ich musste es mit Gewalt tun. Nach dem Unterricht bin ich ihm von der Schule gefolgt. Als ich mich auf ihn stürzen wollte, drehte er sich um. Bianca, warum wolltest du mich angreifen? Woher wusstest du das, Spider-Man? Und ich wollte das hier machen. Ich zog seinen Ärmel hoch und siehe da, da war die Schnittwunde. Hä? Du bist also wirklich der Künstler, ich hab dich entlarvt. Plötzlich hörte ich ein Knurren hinter mir. Ich drehte mich um und sah zwei Typen, die tollwütige Hunde hielten. Bianca, lauf weg! Slater ergriff meine Hand und wir rannten wie verrückt vor den Hunden davon. Nachdem wir mehrere Blocks hinuntergesprintelt waren, zog er mich in ein altes Gebäude. Wir kletterten bis zum Dach. Okay, wir haben keine andere Wahl, wir müssen springen. Wie bitte? Ich muss mich verhört haben. Was ist hier los? Deine Fragen kommen später. Ich dachte, du lachst im Angesicht der Gefahr. Haha. Jetzt ist nicht die Zeit, um sarkastisch zu sein. Halt dich einfach an mir fest. Es wird schon gehen. Was? Ich vertraue dir nicht. Du bist der tollpatschickste Idiot. Hör zu, Bianca. Ich bin nicht der, für den du mich wirklich hältst. Ich will nur, dass du mir jetzt vertraust, okay? Ich werde nicht zulassen, dass dir was zustößt. Mein Instinkt sagte mir, ich soll ihm vertrauen. Und das tat ich auch. Und was dann geschah, war das Aufregendste, was je passiert ist. Wir flogen durch die Luft. Ijo, Fischköpfe. Come on, es ist noch nicht vorbei. Ich brauchte Antworten darauf, warum ich gerade mit dem geheimnisvollen Cousin meiner besten Freundin einen Marathon durch die Stadt lief. Slater, was soll das? Hör zu, es ist was passiert. Aber er kam nicht zum Ende. Die Gangster waren da. Slater drängte mich zu den Imbissbuden, während er begann, sie zu bekämpfen. Wow, waren das Kung-Fu-Ninja-Moves? In diesem Moment tauchte einer der Typen mit dem Metallstuhl hinter ihm auf. Ich sah mich nach etwas um. Volltreffer, das ist mein Mädchen. In diesem Moment tauchten die Polizisten auf und umringten alle. Sie sind verhaftet. Was? Ein Detektiv? Als diese Idioten abgeführt wurden, erzählte Slater mir endlich alles. Angefangen damit, wie ich unwissentlich mit einer internationalen Mafia-Bande in Kontakt gekommen war. Du bist ihnen im Club über den Weg gelaufen und hast etwas gesehen, das du nicht sehen solltest. Oh, aber ich hab gar nichts gesehen, ich schwöre. Da konnten sie sich nicht sicher sein, also haben sie dich im Visier. Ich war schon in der Stadt, um nach dieser Bande zu suchen. Dann hab ich mich als Undercover-Künstler ausgegeben. Wir dachten, wir könnten ihn mit deiner Hilfe fangen. Du meinst, ihr habt mich als Köder benutzt? Ich wollte das zwar nicht, aber wir wussten, dass sie hinter dir her sein würden. Und das Date auf dem Dach, war das auch nur ein Trick, um mich dahin zu locken? Ähm, nun ja. Wir hatten überall in den Gebäuden Polizisten versteckt. Die Gang hat es gemerkt. Jetzt ergab alles einen Sinn. Er hatte die ganze Zeit nur so getan, als wäre er interessiert. Damit er mit einem Satz in der Nähe sein konnte, um die bösen Jungs zu fangen. Oh, du hast mir mein Leben gerettet. Danke. Ich hab nur meinen Job gemacht. Ich bin froh, dass du jetzt in Sicherheit bist. Ich muss mich melden. Ja, gute Arbeit. Auf Wiedersehen. Als ich wegging, fühlte ich mich traurig und leer. Am nächsten Tag in der Schule war Slater verschwunden. Ich verlangte mehr Antworten von Carmen. Slater ist wirklich mein Cousin. Er wurde schon in jungen Jahren Detektiv und er erzählt uns nicht viel über die Arbeit. Aber nach dem Vorfall im Restaurant, bei dem er dich neulich beschützt hat, habe ich ihn gefragt, was los sei. Und er sagte, es ging um etwas Vertrauliches. Deshalb wolltest du also nicht, dass wir uns näher kommen? Ja, weil er nur wegen seiner Arbeit hier war und keine Bindung eingeht. Ich wollte nicht, dass du verletzt wirst. Ach, was soll das? Ich kann es in deinen Augen sehen, Bianca. Du bist in ihn verliebt. Ich glaube nicht, dass er dich glücklich macht. Oh, bitte. Ich hab dir doch gesagt. Ich kann mich nicht verlieben. Wenn du's sagst. In den nächsten Tagen versuchte ich mein Bestes, um zur Normalität zurückzukehren. Aber ich konnte Slater nicht aus meinen Gedanken vertreiben. Du hast ja in letzter Zeit keine verrückten Schlagzeilen mehr gemacht. Ja, es ist ziemlich ruhig gewesen. Aber ich hab einen dummen Fehler gemacht. Ich hab mich verliebt. Mom setzte sich neben mich und zog mich in eine Umarmung. Süße, ich weiß, dass dich das, was dein Vater getan hat, sehr mitgenommen hat. Aber verschließe dein Herz nicht. Es ist nicht dumm, sich zu verlieben. Und du wirst eines Tages den richtigen finden. Vertrau mir. Mom beschloss sich, eine Auszeit von der Arbeit zu nehmen. Und wir planten einen Urlaub. Doch kurz bevor ich zum Flughafen wollte, hörte ich ein lautes Krachen in der Eingangshalle. Da sah ich Slater. Slater! Travis! Was macht ihr? Bianca, mein Sahneschnittchen. Ich konnte nicht mehr ohne dich. Ich kann so nicht leben. Ihr müsst die Sicherheitsvorkehrung hier wirklich verschärfen. Ich hab ihn gefunden, als er durch die Hundetür gekrochen ist. Slater gab den Schrein in Travis an die Wachen. Warum bist du hier, Slater? Aus demselben Grund wie Travis, um ehrlich zu sein. Ich hab dich wirklich vermisst. Warte. Was? Tut mir leid. Ich darf den Ort nicht verraten. Streng geheim. Ich hab ne andere Mission. Okay, was ist es? Ich möchte, dass du dich in mich verliebst. Ähm, naja, das klingt, als wäre es schwierig. Ich hab keine Angst vor der Herausforderung. Er zog mich zu einem Kuss heran und dann schlug seine Stirn gegen meine. Du bist also tollpatschig, oder? Nur wenn ich verliebe ihn.